Es ist jetzt acht Jahre später klar, dass wir schaffen das, ist in ein Es geht nicht mehr übergegangen. Dieser Befund ist, glaube ich, inzwischen allgemein anerkannt. Deswegen hat der Bundespräsident, Altbundespräsident Gauck ja vor ein paar Tagen auch gesagt, dass eine neue Entschlossenheit bei diesem Thema her muss. Er hat es nicht ausbuchstabiert. Ich versuche es mal, das kann auch keine Goldrandlösung sein. Aber ich glaube, mit Verlaub, Frau Esken, Ihr Vertrauen und Ihre Hoffnung in diese Migrationsabkommen wird nicht reichen. Also erstens geht es darum, Grenzen zu sichern und zu schützen zu Wasser und zu Land. Und zu Wasser bedeutet neben Frontex, nur weil es Frau Meloni gesagt hat, ist es nicht falsch, unter Umständen auch Marine. Dann brauche ich Asylzentren an dieser Außengrenze, ich mache es präziser, vor dieser Außengrenze. Also wahrscheinlich schwimmend.